So, ich nehme nochmal was auf, um zu gucken, ob der Fehler immer noch besteht und zwar hatte ich das Problem, dass diese letzte Schlacht einfach nicht bei mir reinlädt und mein Spiel dann crasht. Das wollte ich jetzt einmal zeigen. Vielleicht funktioniert es aber auch, wenn wir richtig viel Glück haben. Ich gehe aber ehrlich gesagt nicht von aus. Und zwar legt das Spiel immer wieder den automatischen Savepoint an der Stelle an. Und ich kann mich so lange bewegen, bis ich fast meine Truppen sehe, also meine Leute, die mir dieses Lager angreifen sollen. Und dann ist Feierabend. Ich sagte mir erstmal, Game Load failed, das ist auch schon mal nicht so gut. Ich versuche gerade einmal den Sound etwas leises zu kriegen. Ich weiß nicht, warum man hier jedes Mal einmal das Neue applyen muss. So, und jetzt stehe ich hier im Wald. The Rover ist weg. Und jetzt kommt immer wieder Game Saved oben rechts. Legt jetzt immer wieder neu an. Wenn ich ziehe in die Richtung, gehe Richtung Westen, müsste gleich irgendwann das Game einfach crashen. Das legt dann nochmal ein Save an. Da um die Ecke, da sieht man, da sind die Leute, die dieses Lager angreifen sollen. Legt jetzt immer manuell ein Savepoint an. Ob das irgendwas ist, kann ich gar nicht. Und letztes Mal ist es jetzt einfach hier abgestürzt. Gucken, ich näher mich vorsichtig. Okay, noch passiert nichts. Das sieht eigentlich noch recht versprechend aus. Ich sehe gerade auf meinem zweiten Bildschirm, ich habe hier eine CPU-Auslastung von geschmeidigem 100%. Bei einem Quad-Core mit 3,6 Igerhertz. Also, ich weiß nicht, es könnte damit was zu tun haben, der Absturz. Äh, ich weiß jetzt auch nicht genau, wo hier Sir Rover ist, der diese Schlacht jetzt hier einleitet. Das müsste jetzt irgendwie noch weitergehen. Also, hier hängt erstmal so ein Schwert in der Gegend. Gehen einfach mal weiter. Also, da ist das Lager. Das sollten die jetzt ja eigentlich hier angreifen. Also, scheinbar zieht hier irgendwie das Skriptereignis nicht, das die jetzt hier dazu veranlasst, sich zu bewegen. Deshalb chillen hier einfach. Ist das hier nicht so rüber? Ja, die sah nur so aus. Die sahen hier alle teilweise so ein bisschen so aus. Der war vorhin auch dabei, eine Rede zu schwingen in der letzten Folge, das konnte man hören. Und jetzt ist er irgendwie weg. Und wie gesagt, die ganze Zeit games saved. Und normalerweise kackt sie mir jetzt ab. Das macht diesmal scheinbar nicht. Aber ich komme leider auch so nicht weiter. Ich kann auch mal die Karte aufrufen. Also, wir sind hier im Wald. Hier ist das Lager, das ich eben angreifen müsste. Aber hier tut sich einfach leider komplett gar nichts. Und das steht auch hier nicht irgendwo noch rum. Ist das Problem. Das könnte ich hier einfach nochmal ansprechen. Ja, hier kann ich quasi... Also, ich sollte jetzt eigentlich das Lager angreifen mit den Leuten. Aber... Leider tut sich hier nichts. Das heißt, ich werde warten müssen bis... Genau. KCD has stopped working. Das heißt, das Spiel hat sich gerade verabschiedet. Und ja... Ich werde einfach mal auf den Patch warten und hoffen, dass das behoben wird. Oder ich irgendwie einen Workaround finde. Und dann werden wir hoffentlich noch die Schlacht sehen. Trotzdem danke fürs Zuschauen und auf bald! Das ist es gut. Das ist gut.